Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in Fortnite. Wir wollten einen Weltrekord machen, haben aber nicht ganz so viele Spieler zusammengekriegt und deswegen machen wir jetzt trotzdem ein Pink Panther Sagt. Und Freunde, haltet euch fest, das ist eine Premium-Runde, eine große Premium-Runde. Von daher, Pink Panther Sagt, springt zu Pleasant Park. Genau, also, die Regeln sind, Pink Panther Sagt ist ein Befehl. Der folgende Befehl sollte im gleichen Atemzug gesagt werden. Grundstellung ist stehen, mich anschauen und wird nur durch den Befehl Pink Panther Sagt, den wird er ganz oder teilweise aufgehoben. Jede Bewegung außerhalb meines Befehles ist tödlich. Von daher, Pink Panther Sagt, looted Pleasant Park. Das heißt also, der Gewinner von dieser Runde, der gewinnt tatsächlich auch was. Und das, meine lieben Freunde, seht ihr hier. So, das ist auf jeden Fall der Gewinn von den Runde, die wir hier haben. Von demjenigen, der jetzt hier die Runde gewinnt. Nicht der gewinnt, sondern der kommt eine Runde weiter. So, Entschuldigung. Der kommt nämlich eine Runde weiter und ist dann im Finale. Und dann werden nachher zehn Leute dann gegeneinander kämpfen, um sozusagen es zu gewinnen. So, Pink Panther Sagt, kommt alle zu mir und stellt euch mir gegenüber auf die weiße Linie vom Spielfeld. Ich bin derjenige, der hier rumhüpft. Das hüpfen viele. Ja, aber einer hüpft nur auf der Stelle und hat Federn an sich. Genial. Ich hoffe, jeder hat die Regeln verstanden und ich hoffe, es ist auch jetzt jeder da. Ist jetzt noch jemand irgendwie unterwegs? Wäre schlecht. So, na dann. Bitte einmal alle Waffen rauswerfen. Oh, da unten höre ich dann schon diese... Aber du hast auf jeden Fall deine Hacke in die Hand genommen, Hase. Und deswegen muss ich dich leider entsorgen. Das tut mir auch richtig leid. Huch, die fangen da unten schon an, Digga. Nein. Ich hoffe, das hört man nicht. So, Pink Panther Sagt, werft alle eure Waffen und Munition raus. Alles, was ihr im Inventar habt. Das sieht gut aus. Das nehme ich. Das würde ich gerne haben. Oh ja, das würde ich. Das, das, das. Oh, sogar. Er hat sogar... Oh, wie geil. Da muss ich mal kurz reinlaufen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ähm, ansonsten. Gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes ist. Ich glaube, ich wechsle sogar. Ich nehme sogar die hier. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Pumpkan-Muni. Da? Nein. So. Das sieht doch gut aus. Prima. Dann darf sich jetzt jeder eine Waffe nehmen. Okay. Prima. Alle, die sich jetzt eine Waffe genommen haben, sind dämlich. Irgendwann er sagt, alle, die eine Waffe genommen haben, stehen, gehen einen Schritt nach vorne. Ehrlich sein. Ah, siehst du hier. Es gibt ja noch ehrenwerte Leute. Hier war noch einer dabei. Aber ich kann es nicht ganz genau sagen, weil es zu viele Leute waren. So, Pinkmaner sagt, hin hocken. Genau. Dreh dich um 180 Grad nach rechts. Ja, das sieht gut aus. Pink Panther sagt, aber er hat sich auch bewegt. Tut mir leid. Pink Panther sagt, rückt mal ein bisschen näher zusammen. In die Richtung. Einfach nur zusammenrücken. Einfach nur zusammenrücken. Das war ein Befehl. Deswegen müsst ihr aufstehen. Pink Panther sagt, noch näher zusammenrücken. Ich hänge schon fest. So da sind wir aneinander. Ah, kuscheln. Hey, Freunde. Und wir sind sogar in der Zone. Ich glaube, wir werden gleich auch noch eine Runde suchen und Verstecken machen. Ein geiler Skin hier. Schick. Der sieht gut aus. Okay, als Pink Panther sagt, dreht euch um 180 Grad nach links. Von euch aus gesehen. Fuck. Aha. Aha. Einmal rumgehackt. Ich wusste es. Pink Panther. 180 Grad kennt er nicht. Er dreht sich auch noch rum. Ja, kleinen Moment. Ich bin beschäftigt. Ich muss ein bisschen töten. So. Pink Panther sagt, hockt euch hin. Ah, okay. Also hier haben wir auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die so ein bisschen aufgepasst haben. So. Dann darf sich jeder jetzt eine Waffe nehmen. Ja. Sieht gut aus. Ja. Feuerkönig hat Waffe. Ja, ich hab's gesehen. Pink Panther sagt, nehmt euch jeder eine Waffe. Verdammt. So, prima. Das heißt, wir haben alle, äh, dementsprechend, guck mal, wie das Ding rumbackt hier. Geil, der Schild ist ja edel. So, dann folgt mir mal. Oh, da haben sich einige bewegt. Einige, meine lieben Freunde. Einige. Pink Panther sagt, folgt mir. Wir gehen schon mal wieder ein bisschen weiter in die Zone rein. Äh, Pink Panther sagt, stopp. Alle stehen bleiben. Ich werd jetzt, äh, mal hier ein kleines... Hüpserchen machen. Jetzt muss jemand die Treppe wegschlagen. Nein. 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 Ist die Runde im Eimer. Das wär doch schade. Freunde. So, ähm. Ich gucke mal. Okay, wir springen jetzt mal alle Richtung Lazy Lagoon. Einfach in die Richtung von der, von der Schrift. Weiß nicht, ob ihr das seht da hinten, aber, ja. So, bisschen weiter links von der Bergspitze. Pink Panther sagt, kommt alle hochgelaufen. Und springt mit mir rüber. Aber nicht alle gleichzeitig. Ja, nacheinander. Klappt schon. Ja, weil so ein Ere wachsen, Timo. Tino, du kannst die Ere benutzen, um weiter zu fliegen. Nö. Nö. Ach, nö. Das kriegen wir schon hin. Guck mal. Das geht schon richtig genial hier runter. Guck mal, da durch die Bäume durch. Schlängeln wir uns. Oh, Tino ist perfekt im Schatten. Oh. Oh. Bruder, äh, jetzt sag nochmal einer was hier. Ich bin bis auf die Insel fast gekommen. Ich bin mal gespannt, ob irgendeiner von denen auch so weit kommt. Mal gucken, ob auch jemand so gut schätzen kann. Also, ich schieße mal hier in die Luft, damit ihr seht, ungefähr, wo ich bin. Ah, okay, da kommen so ein paar angetudelt. Fuck, das ist einfach verkackt. Aber keiner hat irgendwie, äh, es wirklich weiter als ich geschafft. Okay, ich bin bei der Sack. Stellt, ja klar. Äh, stellt euch mal in einer Reihe vor mir auf. Guck ich durch, sehe ich das. Hier bin ich. Aber hören müsstest du mich doch, Bruder. Hier bin ich. Jetzt triffst du ein. Ja. So, irgendjemand noch nicht da. Okay. So, Pinkweather sagt, ihr müsst jetzt mal ein kleines Kündchen hier stehen bleiben, weil ich muss nämlich jetzt was machen. Hallo. Hallo. So, Pinkweather sagt, der Letzte, der bei mir ist, stirbt. Wenn ihr bei mir seid, dann stellt ihr euch mir gegenüber an die Wand. Oh, Pinkweather sagt, mir gegenüber an die Wand stellen dann. Mal gucken, ob es noch einer erwischt, ey. Hallo. Gib euch mal einen Tipp, wo ich bin. Das war ein zu großer. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Pinkweather sagt, mir gegenüber an die Wand stellen. Oh, Licht ausmachen hier. Telefon. Papa Telefon. Okay. Da drüben an die Wand stellen, wo die anderen stehen. Pinkweather sagt, da drüben an die Wand stellen, wo die anderen stehen. Okay. Der Nosekin war bis jetzt der Letzte. Nein, da kommen noch welche angelaufen. Ja. Schneller, 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 schneller. Pinkweather sagt, du bleibst da stehen. Ich glaube, es ist der Letzte. Oder? Miran, das tut mir ja so unendlich leid. Prima. So, hinhocken. Pinkweather sagt, hock dich hin. Ja. Laufen. Ja, laufen. Doch, laufen. Laufen. War nicht die Rede, Brudi. Pinkweather sagt, hockt euch hin. Okay, warum stehen die beiden noch? Das wird ein Bug sein. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht erschießen. Pinkweather sagt, hockt euch hin. Ja, das ist ein Bug. Nee. Okay. Was ist mit dir, Frosch? Kannst du dich nicht hinhocken? Frosch, hock dich hin. Pinkweather sagt, Frosch. John könnte mich doch hören jetzt. Okay. Prima. Sucht ihr einen Partner? Pinkweather, das war ein Bug bei mir. Ja. 12. Sorry, Bro. Ich meine das ernst. Ist der eine oder andere? Ja, aber seien wir nicht böse, aber da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. So. Ja, okay, egal. Äh, tanzt. Die haben alle nicht auf Pink Panther gehört. Er auf jeden Fall nicht, er hat sich bewegt. Pink Panther sagt, such dir einen Partner. Ja. Pink Panther sagt, du darfst dich auch dazu bewegen. Hallo? Ja, geht doch. So. Genau. Jetzt hat jeder einen Partner. Äh, nehmt eure Waffe in die Hand. Pink Panther sagt, nehmt eure Waffe in die Hand. Er ist der letzte. Nicht aufgefasst. So. Folgt mir. Maa. Pink Panther sagt, folgt mir. Warte mal. Ich muss ihn doch mitnehmen. So. Hilfe. Spakt. Hilfe. Weg. So. Genau. Ähm. Südli. Niemand hat wieder... Ho. Pink Panther sagt, stopp. Alle stehen bleiben. Pink Panther sagt, nachladen. Es war eine Pumpgun. Er hat eine. Er hat eine. Einer von euch beiden hat geschossen auf mich. Ring Panther. Ring Panther. Ja. Ich war's. Höh. Warum? Bruder. Ich hab's versuchten. Bruder, du kannst doch nicht einfach auf mich schießen. Ja, ist wahr. Unfassbar wie einfach auf mich schießen. Ballert er einfach auf mich los. So. Kommt ihr mit? Hallo. Kommt ihr? Irgendeiner sagt, folgt mir. Eww. So. Wie viele Leute sind wir denn jetzt eigentlich noch? Eins. Zwei. Drei. Vier. Pink Panther sagt, such dir einen Partner. Okay. Alle die Hacke in die Hand nehmen. Pink Panther sagt, nimm die Hacke in die Hand. Autsch. Autsch. Er steht schon so, dass er mich wahrscheinlich anguckt. Deswegen kann ich da auch gar nichts sagen. Okay. Pink Panther sagt, folgt mir. Wieder drauf reingefallen. Obwohl ich den gerade schon gebracht hab, den Job. guck. So. Okay. Pink Panther sagt, stopp. Pink Panther sagt, stell dich noch neben die anderen. Such dir einen Partner. So. Die letzten beiden. Da machen wir doch direkt so ein kleines. Pink Panther sagt, kommt zu mir und geht hier in den Bereich rein, den ich gerade baue. Und derjenige, der von euch beiden dann gewinnt, der ist natürlich dann eine Runde weiter. Ne? So. Und wenn ihr gleich aufgehört habt zu tanzen. Pink Panther sagt, stellt euch beide nebeneinander. Pink Panther sagt, wenn ihr gleich aufgehört habt zu tanzen, dann dürft ihr anfangen zu kämpfen. Los geht's. Oh, und die Zone kommt schon. Jetzt wird's Zeit. Ja. Oh, 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 oh. Und er hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, dann machen wir beide auch noch. Wie viel Leben hast du noch? Keine Ahnung. Pass auf, dann schmeiß ich dir hier was raus. Da, heil dich. Heil dich. Schnell, die Zone kommt, Digga. Ich glaube, ihr habt 1 AP. Ist doch drauf reingefallen Mega geil Ja gut, herzlichen Glückwunsch Xemri war das, glaube ich Du bist eine Runde weiter Und, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Das war eine Premium-Runde, Shadow-Premium-Runde Vielen Dank fürs Zuschauen Und bleibt dran, es kommt nämlich dann auch noch Auf ein Suchen und Verstecken beim nächsten Mal Bis dahin, ciao